Regionale Nachrichten in 100 Sekunden, präsentiert von der aargauischen Kantonellbank, am Pericenter und der HR-Mohr Seinhofgarage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsraum des Zofiger Tagplatzes 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Eine positive Nachricht aus Reiden. Die Bauabrechnung für das neue Primarschulhaus Reiden-Mitti schliesst 627'420 Franken besser ab als budgetiert. Der Kredit von 7,81 Millionen Franken ist also nicht ausgeschöpft worden. Gründe für den positiven Abschluss seien die gute Zusammenarbeit und die Kostensensibilität von allen Beteiligten. Die genehmigte Bauabrechnung kommt dieses Jahr noch vor die Gemeindeversammlung. Die Postfiliale an der Oberfeldstrasse in Oftrigen wird aufgehoben. Stattdessen entsteht eine moderne Filiale im EU-Tichtboden, die mit einer Postfachanlage, einem Posttomat und einer separaten Aufgabestelle für Geschäftskunden ergänzt wird. Das Baugesuch liegt bereits vor. Im Idealfall wird die neue Postfiliale im zweiten Halbjahr 2021 eröffnet. Bei schönem Wetter laden die Sandbänke am Aarenufer, in Rotrist und auf Solothurner Seite zum Sönnelen und Baden ein. In den letzten Jahren hat sich ein regelrechter Sandbank-Tourismus entwickelt. Das führt dazu, dass die Anwohner sich mit Lärm, Dreck und Vielverkehr rumschlagen müssen. Die Gemeinderatrist erlässt jetzt eine Parkbeschränkung für das Aarenquartier und richtet eine blaue Zone ein. Diese Woche sind alle elf Kandidatinnen und Kandidaten für den Zofiger Stadtrat zu einem Talk im ZT-Studio zu Gast. Am Donnerstag ist auf www.zofigertagblatt.ca das Gespräch mit der bisherigen grünen Stadträtin Christiane Guyer und Hans-Rudi Hauri, die für die SVP einen Sitz erobern möchte, zu sehen. Diese beiden sagen, auf was es aus ihrer Sicht ankommt, um die Zofigen möglichst attraktiv und lebenswert zu erheben. Mehr zu diesen Themen und weitere News aus der Region gibt es in der Drucken-Ausgabe von ZT und auf www.zofigertagblatt.ca. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden, aktuelle regionalen Nachrichten direkt aus dem ZT-Newsroom ist Ihnen präsentiert worden. Von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort, vom Peri-Center, alles da in Aarburg-Oftringen und der HR-Mohr-Sennhof-Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.